Also noch einmal herzlich willkommen zum Webinar-Abend heute Abend. Jetzt, glaube ich, sind wir auch dann vollständig. Diejenigen, die sich jetzt live zuschalten wollen, sind dabei. Ich starte meine Präsentation. Sie hat 13 Seiten inklusive Deckblätter. Ich glaube, es sind elf inhaltliche. Also es ist nicht ewig lang, keine Sorge. Verkehrswende vor Ort bis zur Kommunalwahl 2026. Welche Möglichkeiten haben wir hier? Wie schaut es da aus? Aus meiner Sicht als Kreisrat, als einigermaßen erfahrener Wahlkämpfer nach 33 Jahren, aber vor allem auch als Landtagsabgeordneter, der ich mich mit sehr vielen kommunalen Themen zu beschäftigen habe, weil sie Landes- und Kommunalpolitik in der Verkehrspolitik sehr eng miteinander verwoben sind. Und ich bin gespannt auch auf eure konkreten Fragen und konkreten Fallbeispiele. Und ganz normal wäre sozusagen, wenn sich daraus auch für mich, für meine parlamentarische Arbeit und für mein Team die ein oder andere Idee, Anregung, konkrete Aktion ableiten lässt, die wir dann wieder im Parlament umsetzen können, sodass wir also hier nicht nur euch helfen, sondern auch der Austausch mit uns hilft uns in der parlamentarischen Arbeit, damit wir sehen, wo in den Kommunen der Schuh drückt und wo wir anpacken können, versuchen können, aus der Opposition heraus die Staatsregierung zu schieben, zu treiben, auf Ideen zu bringen, damit Verkehrspolitik vor Ort besser wird und ihr es vielleicht auch etwas leichter habt. So. Das Mobilität ist ein Thema, das alle Menschen betrifft. Es ist ein sehr lebenspraktisches Thema, weil wir ja alle unterwegs sind und jeden Tag irgendwie Erfahrungen mit unserer Mobilität, mit dem Verkehr draußen machen, sei es Dinge, die gut sind. Ich bin heute zum Beispiel nach längerem mal wieder mit dem Fahrrad im Bayerischen Landtag gefahren und habe einige Stellen gesehen, wo es wirklich gefährlich ist, wo es unangenehm ist, wo ich mir gedacht habe, da würde ich jetzt Kinder nicht fahren lassen wollen. Dafür waren aber auch andere Stellen, die jetzt ausgebaut sind. Zum Beispiel konnte ich erstmals ein neu eröffnetes Teilstück vom Münchner Altstadtring befahren, wo auf drei, vier Meter Breite ein richtig schöner, großer Radschnellwegstandard im Endeffekt gebaut worden ist, wo man richtig gut fahren kann und jetzt auch flott vorankommt und sicher unterwegs ist. Also jeder erlebt, egal ob mit Auto, Fahrrad zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, täglich den Verkehr. Jeder hat da eine Meinung, jeder hat Erfahrung, jeder kennt Probleme und Gefahrstellen und jeder hat eigentlich Wünsche, was besser sein werden muss. Das heißt, das ist ein sehr lebensnahes Alltagsthema und sehr, sehr viel spielt sich in der Kommunalpolitik ab. Natürlich nicht die großen Bahnausbauprojekte. Die finden zwar irgendwo auf irgendeinem Territorium irgendeiner Kommune statt, aber da sind die Kommunen nicht zuständig und auch nicht die Kommunalpolitik und auch nicht bei der Kommunalwahl ein großes Thema. Aber sehr viele Themen spielen sich in der Kommune ab. Vor allem die konkreten innerörtlichen Gegebenheiten sind sehr stark davon abhängig, was die Kommune entscheidet, was sie plant und so weiter. Genau deswegen können wir sehr viele dieser Themen in der Kommunalpolitik zum Thema machen. Und gerade bei diesen innerörtlichen Themen, wo es um Verkehrssicherheit geht, wo es um Lebensqualität geht, wo es um Fußradverkehr geht, auch um ÖPNV geht, auch wir sind Haltestellen ausgestaltet und solche Sachen. Da haben wir grüne Kompetenz, auch eine hohe Kompetenzzuschreibung. Beim Thema Auto haben wir die nicht, aber bei diesen innerörtlichen Themen sehr wohl und können mit unseren guten Ideen und Vorschlägen punkten. Allerdings rast die Zeit dahin bis zur Kommunalwahl, sind es nur noch 20 Monate. Und wenn man natürlich drei Wochen vor der Wahl daherkommt und einen superschlauen Antrag im Gemeinderat, im Stadtrat, im Kreistag stellt als Kommunalo, naja, dann werden wir da nicht mehr groß punkten, sondern da macht man sich vielleicht eher ein bisschen lächerlich. Denken Sie sich die Leute vielleicht nicht ganz zu Unrecht, es haben sechs Jahre Zeit gehabt und drei Wochen vor der Wahl kommen sie auf einmal daher. Insofern ist es ganz gut, wenn man da ein bisschen früher dran ist. Sicherlich habt ihr viele von euch oder alle von euch auch schon einige Initiativen, Anträge, Ideen eingebracht in eure parlamentare oder in eure kommunalpolitische Arbeit der letzten Wahlperiode, der laufenden Wahlperiode. Aber wir haben noch 20 Monate und wenn man jetzt mit einigen Dingen um die Ecke kommt, auch im Herbst und im Winter noch gut, sage ich mal, bis ein Jahr vorher, kann man schon ein neues Thema aufmachen und mit eigenen Initiativen so besetzen und das auch mit dem eigenen Namen, mit der eigenen, mit der grünen Partei verbinden, dass man dann entsprechende Lorbeeren erhält am Wahltag. Das heißt, man muss rechtzeitig anfangen, wenn man da dranbleibt und ein paar Mal aufschlägt in den örtlichen Medien, mit einer Veranstaltung, mit irgendeiner öffentlichen Aktion, dann zahlt sich das mit Sicherheit aus und man erschärft das eigene Profil als Grüne, erhöht die eigene Bekanntheit und damit gibt es Kreuzerl am Wahltag. So, das heißt, wir müssen damit aber jetzt anfangen und ich würde ganz gern mit euch ganz kurz durchreiten, was wir denn so für Themenfelder haben. Bloß mal so einen groben Überblick, wie gesagt, ihr kriegt diese Unterlagen im Nachgang alle und könnt es dort auch nachlesen. Insofern müssen wir das jetzt nicht Punkt für Punkt studieren. Ich sause da mal kurz durch. Die groben Blocks sozusagen, das wäre der Fußverkehr auf der einen Seite, ein Thema, das sehr stark unterbewertet ist, wo sehr viel Potenzial drin ist, ein sehr soziales Thema, mit dem uns Grünen sehr gut zu Gesicht steht, wo wir sehr gut als KommunalpolitikerInnen aktiv werden können in der Kommune. Ähnlich ist es beim Radverkehr. Allerdings ist da schon mehr Musik drin in der Vergangenheit. Damit haben sich kommunale Gremien in der Regel schon öfter beschäftigt. Aber auch da ist bestimmt in eurer Kommune noch das eine oder andere, wo man sich noch profilieren kann, wo man noch konkrete Dinge machen kann. Und der nächste Punkt ist Bus und Bahn. Da wird es dann auch zunehmend landespolitischer, weil die ÖPNV-Themen stark miteinander verwoben sind. Zum einen vom Organisationsrahmen her, zum anderen vom Finanzierungsrahmen her, sprich Stichwort Förderungen. Bei der Bahn ist es aber tatsächlich im Nahverkehr der ureigenste Aufgabe des Freistaats Bayern, sich zu kümmern, dass die Züge gut fahren, die Nahverkehrszüge gut fahren und wie das Ganze organisiert und abgewickelt wird. Auch bei Tariffragen ist der Freistaat Bayern stark mit dabei, bei Verkehrsverbünden ist er mit dabei. Das heißt, da ist der Austausch mit euch besonders wichtig. Bei Fuß- und Radverkehr sind wir auch mit dabei und überlegen immer mit, was könnten wir denn strukturell ändern von der Landespolitik her oder auch nach oben in die Bundespolitik weitergeben, damit euch das Arbeiten und das Gestalten von Lebensqualität vor Ort leichter fällt. Bei Bus und Bahn sind wir aber voll auch selber mit dabei in der Landespolitik und das ist der Austausch mit euch wichtig, damit wir kapieren, was ist vor Ort los ist, damit wir das aufgreifen können und weiterverarbeiten können. Also auch da bin ich immer gespannt und neugierig zu hören, was bei euch los ist, nicht nur heute Abend, sondern generell. Dann natürlich die Gemeindestraßen. Da hat die Gemeinde eigene Handhabe. Was ist eine Gemeindestraße? Naja, das sind die Straßen, die nicht Kreis-, Bundes- oder Staatsstraßen sind. Also die normalen Straßen halt, wahrscheinlich 95 Prozent aller Straßen, für die nicht eine übergeordnete Ebene zuständig ist. Da hat die Gemeinde sehr viel Handlungsspielraum, was sie da machen kann. Und da kann man als Kommunalo viele Ideen einbringen, wie es was besser sein könnte. Und das Leite direkt überhängt eigentlich auch zusammen mit dem Thema Verkehrsberuhigung und öffentlicher Raum. Wobei die Thema Verkehrsberuhigung sehr oft natürlich auch die übergeordneten Straßen betrifft, Kreis-, Staats-, Bundesstraßen. Also das wären die fünf Handlungsfelder, die ich sehe, wo man als Kommunalpolitikerin aktiv werden kann und Profil gewinnen kann und mit schönen grünen Anträgen Sympathie gewinnen kann. Fangen wir mal an mit dem Fußverkehr. Wie gesagt, ich mag das jetzt nicht vorlesen, bloß so ein bisschen akzentuieren, dass man ungefähr ein Gefühl hat, was meint er denn da, der Büchler? Das eine ist zum Beispiel, was ich finde, was sehr viel Spaß macht und sehr wenig Vorbereitungsaufwand braucht. Das ist ein Fußwegecheck. Man kann sich für den Fußwegecheck Fachleute holen, zum Beispiel vom Fußverkehrsverband, Fuß-EV, wenn man vor Ort Leute hat oder auch vom Landesverband und mit denen mit fachlicher Begleitung durch den Ort gehen, neuralgische Punkte sehen, wo es irgendwie blöd ist für Fußgänger, auch für Menschen mit Behinderung blöd ist. Zum Beispiel, wenn man mit dem Rollstuhl unterwegs ist oder mit dem Rollator, da kann man auch einfach mal einen mitnehmen, einen ausleihen und mitnehmen und selber mal versuchen, auch im Rollstuhl irgendwie zum Beispiel eine Straße zu überqueren, an einer bestimmten wichtigen Stelle zu einem Geschäft zu kommen, zum Bahnhof zu kommen oder Ähnliches, gehen einem oft die Augen auf, wenn man das einmal selber gemacht hat und sieht, wo Handlungsbedarf ist. Dazu kann man öffentlich einladen, zum Beispiel auch Seniorenverbände, wenn es vor Ort eine Blindenorganisation gibt, einen Blindenverband, sehe ich nur einen Blindenverband oder so, wenn da jemand vor Ort das mitnehmen und gemeinsam besprechen, wo können wir was verbessern. Das muss ja nicht gleich sofort flächendeckend in allen Straßen der Kommune sein, aber man kann auch mal schauen, an einigen wichtigen Stellen Ergebnisse auswerten und Verbesserungsvorschläge in den Gemeinderat einbringen. Und das geht auch ohne fachliche Begleitung, da ist es dann vielleicht nicht ebenso fachlich qualifiziert, aber mit gesundem Menschenverstand kann man auch selber durch den Ort gehen, als Ortsverband Leute einladen, sich das anhören, aufnehmen und Vorschläge einbringen. Ich gehe jetzt nicht alle Punkte so durch, aber Ähnliches kann man mit Schulwegen machen. Genau, und überhaupt apropos Schule, wir haben ja das alte Thema Hol- und Bringhaus vor der Schule, da kann man auch einiges besser organisieren, wenn man sich kümmert, sich das mal vielleicht auch mit Hilfe von einer Planerin, Planer anschaut. Es gibt das Konzept Schulstraße, das heißt, man macht die Straße einfach dicht, beziehungsweise untersagt das Halten von 7 bis 8 direkt vor der Schule und er rechnet aber gleichzeitig ein bisschen weiter entfernt einen Kiss-and-Ride-Parkplatz ein, wo die Eltern, die jetzt ihr Kind unbedingt mit dem Auto bringen wollen oder das halt müssen, weil es die örtlichen Gegebenheiten nicht besser sind, verabschieden können. Bizebus ist noch so eine lustige Sache, wo man gemeinsam, das haben wir jetzt dann nächste Woche wieder ein Pilotprojekt in München, das ist allerdings noch ein bisschen experimentell, wo man einfach gemeinsam eine Gruppe von SchülerInnen mit dem Rad begleitet, zur Schule geleitet sozusagen, wie ein Bus, alle miteinander und einem Fahrer vorne oder Fahrerin fährt man gemeinsam in der Gruppe von SchülerInnen mit dem Rad zur Schule. Das ist auch so eine witzige Idee, die man mal machen kann oder die man antreten kann. Dann natürlich haben wir die Ampeln für FußgängerInnen optimieren, mehr Quertragshilfen, Zebrastreifen einrichten und so weiter. Soviel zum Fußverkehr. Beim Radverkehr, ich habe den ein bisschen intensiver besprochen, weil ich ihn, wie gesagt, sehr unterbewertet finde, den Fußverkehr. Da kümmert man sich sehr selten drum, sei es die Behörden, sei es aber auch wir oder Verkehrsorganisationen. Und ich finde, da ist viel Musik drin, da kann man mehr machen. Naja, beim Radverkehr, da ist euch vieles sicherlich geläufig. Da muss ich jetzt nicht alles extra sagen, aber dass man überhaupt mal ein Rad oder auch Fuß- und Radverkehrskonzept beauftragt, das wäre zum Beispiel ein plakativer Antrag, sofern es das nicht schon gibt. Man kann wie die Fußwegechecks, auch Radwegechecks durchführen. Man kann auf gescheite Abstellmöglichkeiten drängen, auch per Antrag, wo die Gemeinde zuständig ist, zum Beispiel an den eigenen, oder die Stadt zum Beispiel an den eigenen Liegenschaften oder auch am Bahnhof. Der Winterdienst ist ein gutes Thema, vor allem im Herbst jetzt dann. Also momentan, heute gerade nicht, wir haben ja 29 Grad, aber im Herbst, der nächste Winter kommt bestimmt, ist das sicher ein gutes Thema. Vielleicht schneit es auch mal wieder richtig. Letztes Jahr war das ja teilweise auch in Bayern, plötzlich wieder viel Schnee. Und viele andere Dinge, wie zum Beispiel AGFK-Mitglied werden. Wer das nicht kennt, könnte dann da draufklicken, das ist eine staatliche Veranstaltung, eine Organisation, die Kommunen berät und unterstützt. Und wenn Grüne darauf drängen, dass man da Mitglied wird, wie hunderte andere Kommunen das auch schon gemacht haben, dann ist das ein schöner Antrag. Und wenn er abgelehnt wird, dann ist es ärgerlich, aber man kann damit Sympathie gewinnen. Und sinnvoll ist es auf jeden Fall. Letzter Punkt, Radlbörse, vielleicht nur erklärt, wo ist diese Radlbörse? Radlbörse ist, das machen viele UVs in meinem Landkreis. Ich greife mal heraus, in meinem Kreisverband, ich greife mal heraus, ich spreche in UV Putzbrunn im Osten von München, östlich von München. Da war ich heuer kurz da, weil da waren 300 Menschen da, Bürgerinnen und Bürger aus Putzbrunn eben und drumherum, die ihr Radl verkaufen wollen oder tauschen wollen oder verschenken wollen. Der Normalfall ist verkaufen und das da hinbringen, ein Preisschild dran machen, so mit grünem Logo drauf, werden die verteilt vom Ortsverband und man ist ja nicht am plaudern und es gibt einen grünen Infostand und halt einen gemeindlichen Parkplatz und die Leute können da ihre Radl loswerden oder welche erwerben oder ertauschen. Tolle Sache. kleiner Ortsverband Putzbrunn, ich hoffe, ich tue Ihnen nicht unrecht, vielleicht 15, 20 Mitglieder und waren 300 Gäste da. Niederschwelliger Zugang, viele gute politische Gespräche, tolle Sache. Kommen wir zu Bus und Bahn. Bahn, wie gesagt, ist eine bayerische Veranstaltung. Der Freistaat Bayern bestellt den Nahverkehr, Fernverkehr macht der Bund. Da könnt ihr aber immer auf uns zukommen und wir können gemeinsam was machen, wenn ihr da was braucht, einen neuen Haltepunkt, barrierefreien Bahnhof, dichterer Takt, keine Ahnung, andere Züge, bessere Züge, wo auch immer der Schuh drückt, können wir damit drüber reden. Kleiner Einschub, meistens ist aber, was die Kapazitäten hergeben, von der Infrastruktur schon ausgereizt. Wir haben ja das Problem, dass alles sehr überlastet ist, weniger das, dass der Freistaat keine Züge fahren lassen will. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber da können wir immer gerne drüber reden und das könnt ihr natürlich, wenn ihr da Initiativ werdet, auch vor Ort bekannt geben und damit zeigen, dass ihr euch kümmert, gerne mit mir zusammen oder mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag, wenn es ein Bundesthema ist. Aber zuständig seid ihr als Gemeinde nicht. Jetzt seid ihr aber zuständig im Kreis und bei den kreisfreien Städten für den Nahverkehrsplan, also für den regionalen Omnibusverkehr. Und den Nahverkehrsplan, den muss man regelmäßig aktualisieren, also fortschreiben und dann vor allem auch umsetzen, dass man nicht bloß ein schönes Stück Papier hat, wo draufsteht, wo es nett wäre, wenn ein Bus fährt, sondern halt dann auch fahren lassen den Bus. Das ist ein heißes Thema, mit dem man sehr viel voranbringen kann. Wir haben in meinem Landkreis, Landkreis München zugegebenermaßen, ein reicher Landkreis, der sich auch ein bisschen mehr leisten kann als jetzt die ärmsten Landkreise Bayerns. Aber wir haben unser Busverkehr nach Einführung eines Nahverkehrsplans quasi verdoppelt. Da geht schon was. Verkehrsverbund ist für viele von euch ein Thema, nicht für alle. Genau. Einiges habe ich schon gesagt. Und vom Land ist es dann eher so das Thema On-Demand-System, wo sich auch sehr viel tut und die man auch gut machen kann, die man aber leider auch schlecht machen kann, sodass sie dann nicht genutzt werden und wieder einschlafen. Also machen wir es lieber gut. Und dort, wo wir schlechtes haben, haben wir vielleicht gute grüne Ideen, wie man sie besser machen kann. Also da haben wir sehr viele Ideen. Und da gibt es noch weitere, ich habe es bloß ein bisschen angeteasert, wo man sich bei Bus und Bahn profilieren und gute Dinge tun kann, die die Bürgerinnen und Bürger nutzen und die dann für mehr Lebensqualität sorgen. Lebensqualität ist auch stark abhängig von der Verkehrssituation innerorts, was den Straßenverkehr anbetrifft. Und wir haben hier jetzt eine ganz neue Möglichkeit seit letzter Woche. Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass das Straßenverkehrsgesetz im Juni geändert worden ist und jetzt im Juli die Straßenverkehrsordnung. Ein großer grüner Erfolg, wo wir uns intern auch mal applaudieren sollten, sozusagen für unsere Bundestagsabgeordnete, die sich da ganz, ganz stark gemacht haben. Dafür allen voran 20. Michael Elsen, die das maßgeblich mit durchgeboxt hat, dass wir jetzt tatsächlich auch das Versprechen vom Koalitionsvertrag der Amtregierung umgesetzt haben und jetzt eine bessere, modernere, menschenfreundlichere Straßenverkehrsordnung haben. Es ist noch nicht ganz fertig, weil die Verwaltungen damit arbeiten können. Braucht es noch die Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung. Wer das schon mal gehört hat, SDVO-VWV. Da steht dann ganz genau drin, wie die Verwaltung das operativ alles machen muss. Das brauchen die Beamtinnen und Beamten noch. Und dann geht es da los. Können aber ab jetzt eigentlich als Grüne hier beantragen, dass die neuen Chancen genutzt werden. Wir werden dazu mehrere Webinare anbieten. Eins wird am 16. September machen. Save the date. 16. September. Am Abend, so um diese Zeit ungefähr, werden wir ein Webinar haben mit Svante Michael Elsen, unserer Bundestagsabgeordneten. Dazu auch mit Johannes Wagner und Leon Ecker, die sich ebenfalls stark gemacht haben für diese Verbesserung. Und meiner Wenigkeit als Moderator. Und werden uns genau vorstellen, welche Möglichkeiten wir haben. Und wir werden wollen und werden euch unterstützen bei all euren Vorhaben, so gut wir können, dass ihr diese neuen Möglichkeiten der Straßenverkehrsordnung bei euch vor Ort nutzen könnt, anwenden könnt, einbringen könnt, fordern könnt und damit bei der Kommunalwahl auch punkten könnt. Und insgesamt, wir denken jetzt nicht nur an die Wahl, sondern vor allem an die konkreten Ergebnistraßen auf der Straße vor Ort für mehr Sicherheit und für mehr Verkehrsberückung sorgen könnt. Und genau dafür bietet eben die neue Straßenverkehrsordnung Möglichkeiten, wo die Kommunen oft schon Tempo 30 zum Beispiel machen wollten oder Zebrastreifen anordnen wollten, Querungshilfen bauen wollten, ging das nicht, weil die Straßenverkehrsordnung das nicht hergegeben hat. Das war ja, wenn ich es jetzt sehr salopp sagen darf, immer so, da ist noch keiner gestorben, da muss man ja nicht handeln. Und fahren weiter Tempo 50 auf gerader Piste, möglichst schnell durch den Ort. Und das hat sich jetzt eben geändert, sowohl auf den eigenen Gemeindestraßen als auch auf den übergeordneten Straßen, Kreis, Staats, Bundesstraßen, haben die Kommunen jetzt deutlich mehr Möglichkeiten, verkehrsbeschränkende Maßnahmen, wie es so schön heißt, es zum Beispiel Tempo 30, aber auch weitere Maßnahmen rechtssicher anzuordnen. Früher ist es nur gegangen, wenn es besondere Gefahrenstelle gegeben hat, Klammer auf, salopp gesagt, muss schon was passiert sein, Klammer zu. Jetzt aber, oder Lärmgrenzwerte überschritten worden sind, die aber wahnsinnig hoch sind. Jetzt haben wir neue Möglichkeiten, nämlich eben bei Gesundheitsschutz, zum Umweltschutz und aus städtebaulichen Gründen können auch solche Maßnahmen angeordnet werden. Die Kommunen haben also sehr viel größeren Bauchladen an Handlungsmöglichkeiten für Verkehrsberührung, bessere Gestaltung des öffentlichen Raums, mehr Verkehrssicherheit und schönere Orte. Genau. Also da kommt noch Arbeit auf uns zu und viele Chancen auf uns zu. Wir werden euch nach Kräften aber unterstützen. Dann ist natürlich bei Straßen ein altes Thema der Kampf gegen Umgehungsstraßen. Und ich glaube, da haben wir jetzt auch neue Chancen, weil oftmals war es ja so, dass viele Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, naja, fallen tut mir das nicht, wenn wir da draußen die Felder zu asphaltieren. Aber bei uns ist es halt laut und lästig und die Durchgangsstraße zerschneidet den Ort oder den Stadtteil. Und dann ist mir lieber, ich habe es da draußen unter Ruhe sozusagen. Hat zwar eh meistens nicht gestimmt, weil es hinterher genauso laut war, aber das war die Idee. Und innerorts kann man ja nichts machen zur Verkehrsbrücke, weil die Straßenverkehrsordnung entgegensteht. Und die steht jetzt aber eben nicht mehr entgegen oder nicht mehr in der Schärfe. Wir haben jetzt Möglichkeiten, auch innerorts viel zu verbessern. Und das kann uns sehr helfen als neues Argument, neuer Tatbestand, im Kampf gegen Umgehungsstraßen. Das ist natürlich auch immer in manchen Kommunen, die davon betroffen sind, und das sind nicht wenige, ist das ein ganz heißes Eisen rund um die Kommunalbäume. Andere Themen sind natürlich die Parkplatzsituation, Parkgebühren, Parkraummanagement, Stellplatzsatzung und solche Sachen, aber auch öffentliche Ladesäulen sind Themen. Und ein Thema, was ich noch persönlich sehr, sehr schön finde, ist auch das letzte von den Fünfe. Das ist der öffentliche Raum. Da befasst man sich, finde ich, auch viel zu wenig in der Kommunalpolitik. Muss ich mir eine eigene Nase fassen, habe ich irgendwie auch viel zu wenig gemacht. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das man sehr, sehr empfehlen kann. Das ist ein niederschwellige, kleine Dinge, mit denen man aber wirklich öffentlichkeitswirksam punkten kann und eine echte Verbesserung für die Bevölkerung herbringen kann. Das sind einfach so Kleinanträge oder Anregungen, die man machen kann als Grüne. Das ist mehr Sitzgelegenheiten. Die Leute werden immer älter im Schnitt. Mehr Sitzgelegenheiten schaffen. Es wird auch immer heißer. Man will sich auch vielleicht als Nicht-Seniorin oder Senior auch mal hinsetzen irgendwo in einem Schatten unter Bäumen. Mehr Grün, Blühstreifen, Klammer auf, Artenschutz, Erfolgsbegehren, Klammer zu, die müssen eigentlich eh viel weniger mähen. Genau, auch Brunnen, Trinkwasserbrunnen, Kühlung schaffen angesichts der Klimakrise. Bücherschränke, das ist eine ganz schöne, tolle Sache, bevor Bücher wegschmissen werden, stellen wir es doch in einen öffentlichen Bücherschrank und die Leute können sich bedienen. Läuft bei uns in Schleißheim super gut. Schon seit 15 Jahren, glaube ich, haben wir eine ganz tolle Einrichtung, könnten sogar noch mehr sein, Mülleimer und, und, und. Ihr könnt es selber lesen, ihr braucht es euch nicht vorlesen. Das sind alles so Sachen, mit denen man immer wieder aktiv werden kann, das zeigen kann, dass man sich kümmert. Man kann auch einmal aufrufen, die Bevölkerung, was wünschen sie sich, um Leute zu aktivieren, vielleicht auch in Kontakt zu kommen, vielleicht findet sich über den Weg auch jemand, der mitmachen mag, eine neue Mitstreiterin, Mitstreiterin. Genau, und für all die Sachen, für die konkrete Umsetzung, auch wenn ihr dann Fragen habt, was geht, da gibt es da Förderprogramm, keine Ahnung, gibt es da Vorlagen, gibt es da Musterbeispiele, habt ihr immer Grips als Ansprechpartner und Ansprechpartnerin. Cornelia Riepe ist dafür zuständig, für die Verkehrsthemen, aber im Zweifel einfach an Gripswänden. Natürlich von der fachlichen Seite auch VCD, ADFC und Fuß e.V. als Fachverbände. Und ich biete euch auch meine kommunale Mobilitätssprechstunde an, die ich neu eingeführt habe, nach den Osterferien, die ganz gut angenommen wird. Da könnt ihr euch immer anmelden, ich kommuniziere das immer auf meinen Kanälen allen, also vor allem mein Team kommuniziert, für mich dankenswerterweise, und könnt ihr mit Einzelthemen kommen und sagen, ich habe diese Umgehungsstraße, ich habe diese Situation, dass wir Tempo 30 wollen, und das Landratsamt war dagegen, was kann ich tun? Und dann besprechen wir das und schauen, was da geht. Und vielleicht kann man ja auch auf landespolitischer Ebene bei dem Problem irgendwie helfen oder aktiv werden. Genau, das wären so die Möglichkeiten. Ich danke euch fürs Zuhören und jetzt bin ich offen für eure Fragen. Ich stoppe jetzt mal die Aufzeichnung. Und jetzt bin ich aufgeregt. und jetzt bin ich aufgeregt. Vielen Dank.